Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir dem Husky HD So ich hab heute endlich jetzt mal Payday hier also ich hab Payday immer gehabt aber ich würde einfach mal euch mal zeigen bisschen so Payday ich frage mich eigentlich wie man sich mehr wo kann ich mir hier neue Munition kaufen Oh Mist Na gut dann werde ich einfach mal anfangen ich hab jetzt irgendwie auch vorgenommen nicht mehr so viel zu reden einfach mal ja ganz easy einfach mal ganz easy hier jetzt starten sagen wir mal so und los geht's Wundert euch nicht warum ich Morphie in diesem Spiel heißt ich bin einfach ein geiler Name so los geht's ja bla bla wie geht's euch eigentlich so nochmal so eine Frage ich schreibe es noch in die Kommentare und ich fange jetzt mal an warum tut jetzt hier nix Hallo jetzt so ja irgendwie wills hier mir nichts anzeigen so ja jetzt das Spiel herbei oh ok so so einfach mal draufballern schlecht das ist ja richtig schlecht was ich mache so da hat er nicht die Waffe ok hey 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 die wollte telefonieren meine Fresse über diese Leute die immer so auf Helden tun wollen in so einem Bankraum und dann immer versuchen gerade die Polizei anzukommen das bringt ja noch sowieso nicht wenn die erwischt werden sind sie sowieso gearscht Hä 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 Pussies das könnte aber schön befesselt bleiben hoch in die Nachtclub hoch in die Nachtclub ein ein so leutchen ja halle schön da ist er doch ein und sie das nicht oh mein Gott Wo? 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 What the hell? Alter, ich kann grad gar nicht labern, weil ich egal... Fuck, wir können schon mal die Waffe wechseln, nein! Nein! Wo sind sie? Ich hab vergessen, dass ich die Waffe wechseln kann! Nein! 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 Ah, das war mein Baby! Nein! Na, wenn was du, hä? von da, ok? Ok, 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 wauwauwauwau Tod Ist der auch schon tot? Von wo? Nein, 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 ich hab die Waffe noch nicht mehr. Ah ja. Ähm, 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 ähm. Achso, du hast also nur Göttschnitte. Auch ein cooler Name. Ähm, ähm. Also diese Folge gemacht hat schon mal zehn Minuten. Extra für Euch. Für meine treuen Zuschauer. So, und dann gucken wir was hier. Guck mal, ob hier irgendeiner vielleicht abhauen will. Das war leider nichts, mein Freund. So, weiter, weiter, weiter. Keiner mehr. Hallo, nein. Hä, was willst du denn, mein Kollege hier? So, weiter, hier ist auch nichts mehr. Ja, ich glaub, das war's für heute mal. Aber ich kann doch noch 40 Sekunden laufen lassen. Und da kommen die alle. Woah. What the hell? Wie kommt die mal hier rein? Ah, das ist nix, okay. Okay, okay, okay. Jo, Leute, ich will sagen, das war's für heute mal mit der Folge hier. Ich soll so kurz, ich schlock mich hier mal aus. Ein bisschen schöner Sessel hier. Beide noch ein bisschen in die Luft. Okay. Und deshalb, ähm, also viel Spaß noch. Und tschüss. So. Ich mach dich. So. 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 So.